Ja Freunde, heute komme ich wieder zu euch mit einem Video, nämlich zum Thema, bei dem Aspekt Bewegung, möchte ich einfach ein paar Sachen mal aufräumen und ich muss einfach die Sache klarstellen, dass wenn wir uns über Bewegung unterhalten, wenn wir sagen, hey, du willst für Gesundheit gehen, du hast vielleicht ein körperliches Ziel, dann heißt es nicht direkt im Umkehrschluss, dass du in das Fitnessstudio gehen musst, dass du dich beim Fitnessstudio anmelden musst, okay, das heißt es eben nicht, das ist irgendwie in der Gesellschaft so gewachsen, dass körperliche Betätigung oder körperliche Bewegung oder wenn man da mehr machen möchte, dass das immer gleichgesetzt wird mit Fitnessstudio, aber den wenigsten Leuten wirklich würde ich empfehlen, direkt ins Fitnessstudio zu gehen, sondern erstmal müssen wir schauen, Standortanalyse, Standortanalyse bedeutet, okay, wo bin ich jetzt aktuell mit meinem Bewegungsspektrum, mit meinem Pensum, was mache ich aktuell gerade, wenn jemand eben körperlich aktiven Beruf hat, muss man das natürlich ganz deutlich mit einbeziehen, als wenn jemand einen Bürojob hat, das sind zwei ganz unterschiedliche Startpunkte von Anfang an und dann eben zu schauen, okay, bewegst du dich gar nicht bewusst jetzt bisher, dann wäre es vielleicht mal empfohlen, erst einmal vielleicht 15 Minuten spazieren zu gehen, okay, wie viel wiegst du, hast du Übergewicht, hast du kein Übergewicht, auch wichtige Faktoren, wenn es um das Thema Bewegung geht, dann können wir natürlich eher sozusagen für die kardiovaskuläre Gesundheit, also für euren Ofen, der dann sozusagen abgegradet wird, eure Ausdauer was tun, wir können für den Muskelaufbau was tun, wir können für eure Gelenkigkeit was tun, viele Aspekte, aber in erster Linie erstmal in Bewegung zu kommen, ich empfehle für ganz Neueinsteiger, die noch nie Fitness gemacht haben, Bewegung gemacht haben, aktiv sich Gedanken gemacht haben, erstmal mit Spazierengehen anfangen, vielleicht mal schnelles Gehen, vielleicht Joggen, vielleicht zu Hause mal ein paar Übungen auf der Yogamatte, vielleicht sich irgendwelche Bänder für zu Hause holen, es gibt so viele Angebote auch auf YouTube mittlerweile, wo man sich natürlich Stück für Stück da reinarbeitet, aber ich will einfach warnen davor, dass man eben als blutiger Anfänger sofort irgendwie frei handeln im Fitnessstudio bewegt, sondern ich bin ein Fan davon, sich auch da Stück für Stück mit kleinen Erfolgen nach vorne zu arbeiten, also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, euer Christian, ciao, ciao.